Samstag 19. September 14 Uhr, Bayern München 2 gegen Türkisch in München 2 zu 2. Von Robin Hoffmann, Nikolaus Frannan, Akit Ari Abi, Chris Richards, Dennis Witter, Mark Dillmann, Anerian Fein, Jamel Mousala, Akelo Stiler, Jan Fete Arp, Joshua Zizze. Jetzt kommt türkische München. René Follat, Hijung Haak, Kylan Frischnerch, Stefan Skangel, Azur Fäigig, Begit Trisch, Zetan Sarajarach, Aaron Metzell, Philipp Ernat, Tom Ritter, Peter Fikovic, 19 Uhr 17. 19 Uhr 18. 19 Uhr 18. 19 Uhr 18. 19 Uhr 18.